Hallihallo meine lieben Bezocker und Bezockerinnen herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von Sky Solate, der Grey and Sky ist mit dem guten Kinsey der gerade unten im Keller ist weil er sich daneben benommen hat oder so. Ja ich war böse. Ja der böse Kind Zipfel. Ja tut mir leid. Der böse Pimmel Zipfel. Was? Was wie? Du kleines Schweinchen. Reicht zwölf? Ich muss zählen. Dann brauche ich quasi eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein, zehn, elf, zwölf. Okay für den ersten reicht es. Das ist schon mal gut. Set and done. Redstone, Redstone, Redstone. Zack. Redstone, Redstone, Redstone. Und Buckets. Buckets, Buckets. Ich brauche Buckets. Muss man gerade ein paar Buckets machen. Ich kann doch mit irgendeiner Tastenkombination alle Items der gleichen Art aus einer Kiste nehmen, ne? Weißt du das? Ja, Shift und Rechtsklick glaube ich. Ne, falsch. Geht's? Ne, vielleicht Alt-Rechtsklick? Nein, dann schmeiß ich's weg. Steuerung Rechtsklick? Dann nehme ich nur einen. Warte, warte, warte. Ich probier's gerade. Ja, hiervon haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Ich brauche natürlich mal eine Kiste. Wollt auch probieren kann. Ich glaube, du musst vorher auch etwas von dem Material, was du nehmen willst, in der Hand, äh, in der Hand haben und dann, ja, also du musst was davon in der Hand haben. Schiff drücken und Doppelklicken mit links. Okay, ich versuch's mal. Haben wir noch Möhrchen? Jetzt haben wir natürlich keine Möhrchen. Hast du es zu versuchen? Es geht. Okay. Es geht, Mann. Ja, Mann. Es geht. Alter, was geht? Es geht. Es geht. Es geht. Da ist übrigens ein Creeper. Und da sind Zombies. Was machen die da? Äh, Party? Die stehen einfach auf der anderen Seite vom Zaun hier rum. Voll strange. Äh, ich hab's jetzt, ich hab jetzt Mörner dran. Hab ich, nein, ich hab ein Taumonomiker in der Hand. So, ja. Toll, kannst du auch essen. Das Esspapier. Funktioniert nicht. Shift rechts. Shift. Du musst etwas von dem Item in der Hand haben. Ja. Machst du das? Ja. Und dann drückst du Shift und links klickst du Doppel. Das funktioniert. Nope. Dann machst du es falsch. Denn ich hab's gerade genau so gemacht. Näh, halte ich nicht. Egal, ich mach Shift rechts klick. Was ist denn an einem Doppelklick so kompliziert? Ich mach da einen Doppelklick. Ich mach, ich mach einen Doppelklick, meine ich. Ja, was hab ich gesagt? Ein Durcheinander scheint. Ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht warum. Ich nehm mal alles zu essen hier raus. Ich mach's jetzt manuell. Alter, willst du mich verarschen? Mach das doch richtig. Es geht nicht. Ich hab Karotten in der Hand. Shift doppelt rechts klick. Ja, mach ich. Geht nicht. Doppelt links klick. Oh. Wenn du mir mal zuhören wirst. Geht aber auch nicht. Geht auch nicht. Geht nicht. Nein, geht nicht. Klar geht es. Ja, bei mir nicht. Du hast bestimmt so eine Cheat-Mod installiert. Ja, genau. Wir spielen ja auch ganz verschiedene Mods. Ja, ja, ja. Hat ich vergessen. Ja, ist so. Hashtag ist so. Was? Hashtag Bulli-Dein-Mum. Ja, fick dich. Was? Oh, Entschuldigung. Ich hab Falafel gesagt. Okay, machen wir doch eine Mischung, Frau. Hashtag Fick-Dein-Mum. Alter. So langsam müssen wir doch aufpassen, was wir hier im Stream, sag ich schon, auf YouTube sagen. Wie dann? Warum? Na ja, ich weiß nicht. Ist alles nicht so koscher. Ich hab Falafel gesagt. Zingipfel. Ja, ich weiß. Du treibst es aber auf die Spitze. Ich mein Falafel. Du kannst doch nicht einfach Falafel sagen. Ich hab's schon wieder gesagt. Oh, Mann. Was sollen wir nun mit ihm machen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaub, man muss mich einweisen. In Redstone dieses Spiel. Den gibt's das gar nicht. 200, 200, 200. Aber das kann alles da rein. Das kann alles da rein. Oh, nee. Warte mal. Rubber. Raw rubber nehm ich mit. Rubber, 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 rubber. Der Arrow, der bleibt hier liegen. Belastet ein bisschen den Server. Bitte? Was? Würde ich jetzt mal überhört haben. Ach, da ist nichts mehr drin. Brauch ich nicht nachkommen. 200 brauche ich. Oh, Ding. Das heißt, ich hab gesagt, ich organisiere ganz kurz meine Kisten. 24. Ich glaub, ich hab gelogen, jetzt schon. Entschuldigung. Ach, da sind Samen. Oh, Samen. Lecker. Oh, das haben wir hier noch. Oh, oh ja. Weed. Geil. Haben wir nicht noch einen Redstone-Bucket? Was haben wir mit so viel Holz? Wollen wir mal einen Holzpalast bauen? Nein. Warum nicht? Willst du nicht? Ja, wir haben halt so viel Holz. Ein Dschungelholzpalast. Mach'n du wieder Kacke damit. Nur Kacke bist du. Nein, ich brauch nur ein Feuerzeug für meinen Holzpalast. Feuer. Oh, oh, oh. I need you to burn. Wieso? Sort by priority. Ach so, Item ID. Sorta. Review store. Craftable. Craftable. I don't even know that lady. She called me a son of the beach. Wir können ja ME-Blank-Pattern. Mehr brauchen wir nicht. Banana-Smoothie können wir auch wieder machen. Gummibären auch. Ja, hab ich schon aufgefüllt. Lecker, lecker, lecker. Nom, 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 nom. Ich mach mehr Möhrensaft. Hat der Möhrchen? Hm. Natürlich hab ich Möhrchen. Yeah, Redstone Energy Country. It's motherfucker. Zack, voll. Voll praktisch, ey. Dieses Ding ist so praktisch. Ich hab mal ein bisschen Junglewood in's System gepackt. So, Tau-Monomicon. Ne, brauch ich gar nicht. Ich brauch mal das Questbook. Und dann will ich mal sehen, was muss ich als nächstes machen. Arcane Crafting. Hab ich doch schon. Arcane Worktable? Hab ich doch. Hungry, Hungry. Achso, ich muss mich mal kurz abbauen. Und dann können wir noch eine Quest abgeben. Schon wieder? Ich nehm mal kurz den Staff da runter. TomCraft ist aber hier nicht so viel drin. Dann bin ich ja schon fast am Ende. Brauch ich den Quatsch ja gar nicht machen. Aber wenn ihr's sehen wollt, schreibt's in die Kommentare. Bitte? Wenn du komplett TomCraft durchziehen soll, dann nur zu. Nur zu. So, claim reward. Du kannst Arcane Crafting abgeben. Ja, gleich, gleich. Ich geb dir dein Herz. Mach erst mal hier Induction-System. Die Kraft der 83 Herzen. 83 Herzen. Krass. Greater Rewardback. Ich glaube, ich sammle die jetzt für Weihnachten, oder? Ah, ist ja bald Weihnachten. Komm, Raun. Netter Copper Ore. Oh, was? 16 Nether Copper Ore. Oh, ich hab wieder Colored Bricks in allen möglichen Farben. Das packe ich in die Laserkiste, ne? Weil da kommt ja bestimmt noch mehr Nether Copper Ore. Ja, mach du. Alter, was da jetzt schon drin ist. Coal Ore. Ja, das ist ja nur ein einfacher Coal Ore. Amber Beer Ringstone. Was ist das denn? Die kann ich scannen. Iron Ore habe ich auch noch nichts gescannt. Ja, scannen wir das doch mal. Du hast bestimmt noch voll viel net gescannt. Ich habe den Doofkopf. Ich habe alles gescannt. Alles. Ja, ja. Mit der Schnauze. Nein, mit dem Taumometa bitte. Ach, damit geht das auch? Ja. Cool. Und dich habe ich auch schon gescannt. Ja. Ich habe dich vor den Kindern. Ja, ich habe dich bescannt. Okay. Oh, habe ich es kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ja, ich habe es tatsächlich. Ja. Ja. Ich habe kein Redstone. Ist ja auch klar, wenn man es in den Laser schmeißt. Nein. Was? Ist doch ein Depp. Wie schmeißt du denn alles in den Laser? Weil es so schön einfach ist, dann ist es zu scannen. Also, ein Nether-Oar-Mod geht nicht. Ja, du musst wieder übertreiben. Nein, ein Nether-Oar geht nicht. Das muss gehen. Das ist von Torncraft. Coal geht wahrscheinlich auch. Dafür gibt es da noch ein bisschen. Coal, Coal. Woher habe ich denn jetzt? Habe ich dir? Vorrat stehen, ne? Slowness und Mining Fatigu habe ich. Ja, weil du wahrscheinlich ziemlich viel Hunger hast, oder? Oh, stimmt. Hm. Ah, ist schon wieder kein Dust mehr zum Sieben da. Das gibt es doch gar nicht. Another one bites the Dust. Aber echt. Irgendwo noch das, das. Das war nur 13, aber besser als nix. Was macht denn Dust da? Bling. Was macht denn Dust da? Oh, 3% Energie. Nicht gut. Wenn ich runterfalle, dann falle ich runter. Mix mit Jetpack. Was? Hinziehe? Hinziehe? Ja, ich falle ja nicht runter. Oh, was ist das? Oh, ich falle. Ne, ich habe es doch nicht kaputt gemacht. Das rotile Ohr. Sag mal, kann der auch, ähm, ähm, ja, wie heißt's? Kobalt besorgen? Ja, der kann, also, normalerweise müsste der alles besorgen können. Okay. Normalerweise. Normalerweise. Kann er mir auch ein neues Telefon besorgen? Ja, klar. Er kann alles besorgen. Oh, geil. Hast dir nicht zugehört. Geil, geil, geil. Oh, Glasspane. Kann ich scannen? Ne, kann ich nicht scannen. Hab ich den Ender-Cop schon? Ne, hab ich noch nicht. Ach, kann ich auch gar nicht. Okay. Trapdoor hab ich. Warum ist denn da eine Trapdoor? Weil sie es kann. Okay. Das reicht mir als Erklärung. Kann ich von deinen Maschinen unten noch irgendwas scannen? Ach ja, tatsächlich. Ein Heatvent. Das hab ich. Okay. Das ist jetzt natürlich ein wenig blöd. Alles noch. Oh, ich hab ja nur Redstone da. Ist das nur eins? Besser als keins. So, jetzt will ich aber jetzt, jetzt. Ich wollte auch schon seit längerem ins Taumonomicon gucken. Und schauen, ob ich noch irgendwas machen kann. Oder vielleicht auch mal ins Questbook, ob ich irgendwas machen muss. Ich brauche ein Greatwood Sapling. So, you may have noted that there are no trees or land. Where do you get Silverwood and Greatwood? Glad you ask. If you turn the Ex... Ach so, Exa. Tap on your Taumonomicon, you will find researchers for creating the lovely Saplings that would normally fill your world with magical joy. Joy to the world. Habt ihr alle verstanden? Ja, gut, okay. Natürlich. Ich natürlich nicht. Auszeichen Englisch. Das ist ein geiles Englisch, ne? Das ist überhaupt kein Englisch. Oh, missing, missing, missing required research. Jo, das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Wahrscheinlich, wenn ich Schimmerleaf exa, exa scanne. Was möchte ich denn wissen? Ja, ich muss, ich will die Saplings machen, aber es geht nicht, weil ich das nicht erforscht habe. Die anderen beiden, die haben schon... Warte mal, haben wir nicht irgendwann mal auch Saplings bekommen? In die Richtung? Sind die nicht noch in den alten Kisten im Keller? Oh, keine Ahnung. In den Kellerkisten? Keine Ahnung. Ich muss gucken, ich kann's dir echt nicht sagen. Ich meine, ich meine da war mal was. Magie, vielleicht bei Magie? Hab ich die bei Magien irgendwo? Nein. Kannst dir nicht sagen. Ich hab noch keine Netawatt, doch hab ich gescannt. Bücher hab ich gescannt, Potion Flask hab ich gescannt. Greater Power Crystal. Nee, von Alchemie kann ich wohl nichts scannen. Elorium, Ingo, wie mach ich das denn normal? Einfach mit Elorium, das ist ein bisschen... Gehen. 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 Elorium, wo ist Elorium? Wo ist Elorium? Elorium bringt die Omi um, meine ich. Nein, 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 nein. Elorium, in a sauernd Bytes the Dust. Sorry. Nee, ich glaub, wir haben gar keine Dinger davon. Aber wir haben noch ein Artificial Hive. Mhm. In der... Warte mal, was ist das für ne Kiste? Ist das die Bienenkiste? Ja, logisch. Was ist das für ne Kiste im Keller? Mal gucken, ob ich kann ich die scannen. Okay. Zack, zack, zack. Es werden direkt vier. Okay. Jetzt brauch ich noch zwei, drei Redstones. Vielleicht bei Holz? Nein. Vielleicht in meiner persönlichen Kiste? Wenn du irgendwo Redstone findest, sag Bescheid. Na, ist manchmal möglich. Oh, da ist da ja noch ein Wood Golem. Das ist ja interessant. Zweimal Safari Net Single Use. Das gibt's doch gar nicht. Ja, komm, dann muss ich wohl irgendwas erforschen. Aber ich denke, es wird das hier sein. Shimmerleaf. Shimmerleaf. Dann brauch ich noch sechs von dem und sechs von denen. Ich weiß grad nicht, wie die heißen. Oh, da ist einfach ein Creeper vom Harvesterbaum geplumpst. Bitte nicht explodieren. Danke. Ja, noch einer? Ich habe übrigens eine Beschwerde von Schneckball und Brainiac bekommen. Ja, die da wäre? Dass sie nicht aus unserem Netherportal rauskommen, weil es halt komplett zugebaut ist. Ja, aber es geht ja nicht anders. Ja, doch, ich werde da mal so eine Eingangshalle abgrenzen, damit man wenigst raus kann. Okay. Ja, das ist eine Idee. Aber halt nicht direkt die, die, ja, das Gedöns da drin einen Abflug macht. Water. I need some water. Da. Da habe ich ja Gott sei Dank genug von. Oh, davon aber nicht so viel. Vorsicht, Kinsey. Permutatio, Permutatio, dann brauche ich Motus und, äh, Motus und, äh, Water. Water. Aqua. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann gucken wir mal nach. Was haben wir denn jetzt? Jetzt können wir das kaufen. Nein, können wir nicht. Warum nicht? Weil ich sechs brauche. Verdammt. Ty, du brauchst sechs. Das ist ja eingelaufen. Oh, der Lasertrail wirft gleich wieder was ab. Oh, ich bin so aufgeregt. Bitte Redstone, bitte Redstone, bitte Redstone. Ach, wie cool. Ich kann für dich was machen. Eins. Bam. Was hat er? Was hat er? Nether Iron Ore. Och, geh mir doch nicht auf die Reihe. Was kannst du für mich machen? Also, die, ähm, ich kann Epi Mancy betreiben. Ähm, Magic Frame kann ich herstellen für, für die Wieden. Oh, das ist gut, ja. Oder Law Fragments. Was auch immer das ist. Was auch für Quests oder wie oder was? Glaube ich nicht, nö. Aber vielleicht kann ich dir bei deinen Quests ein bisschen helfen. Hm. Es ist auch fast alles schon erforscht. Ich mach mal Essence of Falls live. Ich wollte ja heute die Ritualkreise machen, hab ich ganz vergessen. Ach, ich kann, du. Hast du zugehört? Nee, du wolltest Ritualkreise machen? Was? Ritualkreise. Damit wollte ich mich eigentlich heute beschäftigen. Das war ich ganz verhaft. Hm, das ist doof. Das tut mir jetzt leid. Nach der Folge muss ich auf jeden Fall danach gucken. Mhm. Ich kann Essence of Falls live machen. Was es bringt, weiß ich nicht. Simply to create... Äh, 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 äh. Entschuldigung, vor schon mal. Simply, simple to create by means of magic. This essence has unusual properties. When exposed to bees, when combined with an everyday apiary frame, it has the effect of greatly extending the lifespan of a working hive. Wenn du so liest, versteht eh kein Schwein irgendwas. Das sollen sie ja auch nicht. Nein, Quatsch, sollen sie. Ich kann Essenzen herstellen, irgendwas für deine Venen, mit denen die irgendwas machen können. Oh, geil. Und einen Taumium Scope kann ich machen. Dafür brauch ich auch nur einen. Dann haben wir doch schon einen. Ja, aber ich kann den jetzt herstellen. Ich kann ja auch einen Taumium... Entschuldigung. Taumium Grafter. Was ist ein Grafter? Mit G oder was? Ja. Hm. Hm. Keine Ahnung. Normal Scopes are fragile and prone to... Wie kann ich sagen. As an outstatt in your memory, you can do better by adding the Taumium in the hand of Legon and measure of water. Wie kann ich sagen? So nervig. Die Taumium Scopes halten dreimal so lang. Ja, wir haben doch schon welche. Immer noch. Na, gut. Dann ist es halt sinnfrei. Mann. Minio. Frau. Oh, ich komme ohne Redstone hier nicht weiter. Wenn ihr mal ganz genau bei meinem Song gerade hinhört. Der ist ein Weihnachtssong. Das hört man aber kaum. Oh. Na ja, gut, jetzt gerade doch. Ist da wieder was? Oh, ich bin ein bisschen... Ein bisschen... Ich komme gerade bei Taumcraft nicht weiter. Ich habe drei Kamen Bienen gerade bekommen. Aha. Wie geil ist das denn? Das sind die Mutierten, also die erste gezüchtete Art quasi. Okay. Wenn ich Glück habe, kann ich da draus jetzt eine Prinzessin herstellen, die unsterblich ist. Oh. Nennst du die dann bitte Peach? Ich kann die nicht benennen. Hm. Und selbst wenn, würde ich sie nicht so nennen. Okay, ich muss wohl mal ein bisschen arbeiten hier. Ich muss mal ein bisschen was kaputt machen. Im Deconstruction Table. Das nennst du Arbeiten? Ja, ich muss... Entschuldigung. Ich muss was in den Deconstruction Table packen. Und zwar etwas am besten mit einem hochwertigen Aspekt. Was haben wir denn da? Jungle Saplings haben Herbar, Granum und Arbor. Sind nicht besonders hochwertig. Da ist schon wieder Cobbled Stone drin. Ich will keinen Cobbled Stone. Robber Saplings, haben die überhaupt irgendwas? Nee. Jungle Wood hat nur Arbor. Ja, ist klar. Wie ist das mit Möhren? Wir haben auch tausend noch was Möhren. Die müssten mehr haben. Ach, die haben, die haben, die haben Famous. Famous? Famous? Die haben Hunger. Als Aspekt. Als Aspekt. Und Sensus. Oh. Und, 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 wie heißt das? Andere Dinge, irgendwas. Da kann ich alle Grundaspekte... Ich glaube, da kann ich wirklich alle Grundaspekte draus kriegen. Also werde ich jetzt Möhren zerstören. Und das reimt sich auch noch. Ich werde Möhren zerstören. Du bist einfach mit Möhren zerstören. Du bist einfach mit Möhren zerstören. Ja, Mann. Ja, Mann. Kannst du mich hören? Ich werde Möhren zerstören. Ah, Nidrads, down. Bam, 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 bam. Und damit sage ich vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Die Folge ist nämlich schon wieder vorbei. Wir müssen jetzt Ende machen. Und, äh, ja. Nächste Runde werde ich, äh, jetzt, äh, Ritualkreise anfangen. Und hoffentlich auch damit irgendwie erfolgreich sein. Ja. Dann geht also nächste Folge die Welt unter. Okay. Wenn wir Glück haben, ja. Der Kin, äh, der Kinzi, sag ich schon. Das bin ich. Der Toki spielt mit bösen Kräften. Oh ja. Wie du auch schon die letzten Folgen. Doch, nur mit deinem, dein, mit, mit deiner Geduld. Ja, das sind böse Kräfte. Ach so. Also, macht's gut. Ciao. Tschüss. So.